Sätze, die Männer während des Geschlechtsverkehrs sagen können, die zwei besten Sätze und die zwei schlechtesten. Nummer 1 von Flop wäre, deine beste Freundin kann das besser. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Okay, du hast ganz andere Sachen als ich. Ist dir schon mal passiert, oder? Nein. Achso, ich habe Sachen aus Erfahrungen geschrieben, quasi. Achso, nein, habe ich nicht. Oh, oh. Der Satz lautet, mein Glied ist im Gift der schwarzen Mama getränkt. Wir haben beide nur noch fünf, vier Sühne und müssen zur Bewusstlosigkeit. Außer du findest das Gegengift, das ich in meinem After versteckt habe. Das wäre richtig beschissen, wenn ich das hören würde beim Satz. Red Flame. Name von Ex-Freundin oder Mutter oder Schwester oder besser Freundin sagen. Ist dir schon mal passiert? Nee, aber so instinktiv wollte ich schon mal sagen. Dann sagst du, dann kommt so fast der Name der Ex raus. Ja, aber meistens hörst du es ein bisschen, dass man aus Versehen gerade... Ja, ja, aber finde ich auch nicht schlimm. Nee, kann passieren. Ich nenne Theresa nur aus Versehen immer Eduard. Ich glaube, ich stehe doch auf Männer. Das wäre krass zu hören. Ja, das wäre, glaube ich, beim Sex auf jeden Fall ein richtig beschissener Satz.